4.000 euro jeden monat online geld verdienen und das ohne startkapital ohne dass du die arbeit zu 100 prozent machen musst du gott so gut wie fast gar nichts so und wie funktioniert das ganze zeit schritt für schritt in diesem video oder bis zum ende der situs bleibst gebe ich es gar noch einen text mit den du brauchst um noch einfacher und schneller an das geld zu kommen sagt man ja alles mal direkt einsteigen und zwar bin ich hier auf facebook und ja hier werden verschiedene sachen angezeigt und hier auch werbe anzeigen ja hier ist michael müller zum beispiel hier sehen werbeanzeige und ich nun hier auf start klicke dann redet er aber ich höre ihn nicht ich höre ihn nicht deswegen weil ich hier den ton ausgestalten habe und viele menschen hören sie das ganze ebenfalls nicht ans heißt sie spielen die werbeanzeigen oder videos auch ohne ton ab aber die lesen dann den text hier oben oder den text im video zweifelsfalle und er hat eben nicht ja und es gibt natürlich viele viele andere auch dies nicht haben und was kannst du es machen ist den text bekommst auch am ende des videos auf jeden fall mit du erfährst wo du diesen text bekommst also jetzt wenn wir diesen michael müller anschreiben wollen dann gehen einfach auf diesen michael müller profil sonst können wir auf seine seite gehen ja gehe ich drauf hier können messen zu schreiben oder können direkt anrufen jetzt gehen wir hier drauf und gehen dann hier weiter runter und wir sehen hier impressum so jetzt sehen wir sein impressum wir können hier ihn kontaktieren wir können auch anrufen ja oder wie gesagt wir können das ganze auch auf facebook machen damit kann ich diese personen kontaktieren was bieten wir die personen an nun wir bieten diese person untertitel an was kannst du verlangen du kannst zum beispiel sagen hey ich mache für dich hey du weißt viele menschen schauen sich werbeanzeigen oder videos auch ohne ton an wenn sie unterwegs sind und zusammen sind oder 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 ja ist aber egal warum das heißt eine werbeanzeigen können viel besser funktion wenn du untertitel hast ich übernehme das ganze für dich für nur 300 euro für zum beispiel 15 videos ja du schickst meine videos und ich mache untertitel sein natürlich wichtig wie lang sind die titel muss auch definieren ja zwischen 15 15 videos einem maximal eine minute oder eben kürzer ja das ist erstmal vollkommen egal bis zu einer minute kannst schreiben oder bis zu 30 sekunden das musst du eben definieren videos halt machen man kann auch hier auf facebook.com slash ads library gehen und hier zum beispiel ernährung eingeben oder fitness oder sowas geben möchtest und könnte nun hier auch werbeanzeigen ansehen ja jetzt können zum beispiel diese werbeanzeige anschauen und auch hier machen ton es aus damit man das ganze auch das gleiche hat und auch hier sie spricht aber ich höre nichts ich höre nichts weil der ton aus ist und das machen die meisten auch hier können sie das ganze anbieten sind 15 sekunden so jetzt ist natürlich die frage wie mache ich nun weiter dazu wechsel ich kurz den browser so nun habe ich dir ein tool hier ja es ist auch webbasiert wie du siehst kubing heißt das und wenn du hier mit kubing dir auch sowas machen also soll untertitel erstellen möchtest ist ganz einfach du musst einfach nur ist video hochziehen ist es auch nur 15 sekunden wie du siehst also hier oben steht auch dann da wie viel es ist also hier ja sind wir nicht sogar sogar weniger und dieses video ziehst du rein also hier acht sekunden stehst du da und gehst einfach hier auf subtitle ja kann sogar autogenerate machen und kannst hier den titel einfach wählen das heißt du kannst englisch machen du kannst was anderes auch machen also die sprachen die du halt sprichst ja das kannst alles anbieten dann machst du hier german lässt das ganze dann auch wirklich autogenerate machen dann hast du hier der untertitel jetzt kannst du natürlich hier diese untertitel bearbeiten ja das ganze bearbeiten noch hinzufügen es möchte ist etc etc und dann hast du eben deine untertitel auch erstellt oder für diese person so und das war es eigentlich dann gehst du einfach hier export project und letztes video auch später runter ja so dann hast du das video eigentlich erstellt und jetzt machst du das 15 mal du siehst ja mit autogenerate subteils ist es gut ziemlich einfach durchgeschaut ob das fehler drin sind also müssen wie es halt mal anschauen so und dann schaust du die videos an korrigiert das ganze falls notwendig und sagt export project letztes runter und schickst der person die wieder zu ja du kannst hier sogar auch schneiden kannst du die auch hier schneiden wenn du möchtest also wirklich kein großes problem kein hexenwerk ja also echt easy möglich mit diesem cool tool du kannst sogar am anfang vollkommen kostenlos nutzen der testphase und notwendige war kannst du kannst du auch mehrere accounts später stellen aber du kannst auch ein paid account nutzen das gleich kostet 20 dollar im monat oder je nachdem was du willst ob du dieses paket du wählst und welche laufzeit du willst 15 25 dollar im monat was es echt nicht so viel ist ja so und damit hast du eben hier deine ersten 200 300 400 euro vielleicht auch 500 euro verdient und wenn das ganze bis jetzt gefallen hat sind noch nicht am ende dann solltest du auf jeden fall den kanal abonnieren und die globe korrektive wenn du dich smart zu investieren und online geld für dich interessiert also jetzt geht es weiter und zwar könntest du das ganze ausgeben ja outsourcen du könntest hier bei fiverr zum beispiel findest die ganzen links findest alles unten drunter kannst du auf german subtitle eingeben und dann siehst du hier zum beispiel verschiedene angebote und gehen wir einfach das erste können weiter schauen ob es besseres gibt aber wir können machen wir das hier ist ja vollkommen egal dann klicken wir drauf und siehst okay hier sind es dann bis zu zwei minuten relativ teuer 10 48 ok verstehe dann gehen wir einfach mal auf den anderen und nehmen zum beispiel den hier und dann siehst du hier sind das fünf minuten only english video ok da müssen wir schauen warum bietet auch deutsch an können auch standard schauen ok bietet also wohl doch nicht an komisch dass es halt da drin stehen hat also muss weiter suchen ja müssen weiter suchen und dann schauen wir uns mal an was haben wir hier können auch weiter gucken vielleicht haben wir schon gehabt immer mal da den hier dann schauen wir uns mal den hier an und hier auch fünf minuten fünf euro so wenn du fünf videos hast sag mal muss es das dreimal bestellen also hast du hier 15 minuten sind drei stück sind 15 euros bezahlt plus gebühren sind mal 18 euro sagen wir mal bei fiverr bekommst aber für 200 300 400 euro ok also service geflippt und wenn du dir eine mannschaft aufgebaut hast du weißt die leute funktionieren ganz gut ist es sogar noch einfacher du könntest auch noch ab verwenden das ganze in trello organisieren und darüber auch noch den leuten zusammenarbeiten ziemlich ziemlich einfach ziemlich cool und so kannst du ziemlich einfach geld verdienen du kannst hier deutsche person anschreiben englischsprachige person also wenn du auch spanisch sprichst kannst auch spanische person anschreiben und auch für sie die ganze untertitel kreieren ja und das ganze thema und gewerbe ist auch kein thema weil dafür der leon jodari und ich ein gemeinsam online kurs erstellt 25 erprobt methoden wo du eben den geld verdienen kannst aber auch ganz klar templates vorlagen checklisten das ganze thema mit gewerbe steuern steuerberater finden all das findest du hier und kann es eigentlich schon genau ab drei euro starten ja gibt es keine weiteren sachen mehr also klar ich habe vier bis sechs raten rest abbezahlt hat verdienst dein erstes geld schon mal mit diesen sachen und der rest bezahlt einfach dann den monatlichen raten ab ja danach ist alles vorbei du kannst du auch einmal zahlungen machen jocke stress und dann bist du auch damit ready und kannst mit 25 verschiedenen möglichkeiten aufnützt ist kein abo ja gar nichts ja und damit kann es auch entsprechend auch geld verdienen aber das ist noch nicht alles du kannst natürlich auf youtube gehen ja ich habe hier finanzen eingeben und du kannst nun alles durchschauen wenn du ein video siehst ohnehin videos anschaust dann kannst du ja auch noch mal gucken ob eine werbeanzeige eingespielt wird und wenn die werbeanzeige eingespielt wird dann kannst du auch darauf klicken und diese person anschreiben wenn sie kein untertitel hat gerade auf youtube ist es extrem wichtig aber ist auch auf social media wie facebook extrem extrem wichtig oder auch bei tik tok das gleiche also das sind die verschiedenen quellen du anzapfen kannst um die auf jeden fall da das aufzubauen da deine kunden zu gewinnen so einfach funktioniert das eigentlich ja und wenn du lieber mit uns anderen zu geld verdienen möchtest dann schaut auf jeden fall das nächste video an es ist auch ein video für faule denn auch damit kannst du dir ganz einfach und bequem schönes passives einkommen aufbauen